Ja hallo, hier ist Ina, Ina Schmidt aus der schönen Pfalz. Ich bin Networkerin seit Herbst letzten Jahres und bin voller Euphorie in verschiedene Projekte eingestiegen und wie es dann bei den meisten Networkern so ist, die ganz neu anfangen, ich war nicht sehr erfolgreich, muss ich sagen. Ja, aber es ist mir etwas über den Weg gelaufen und das war kein Zufall. Ich habe die Go4Diamond Strategie kennengelernt und jetzt bin ich ganz happy. Jetzt weiß ich, wie man netzwerkt von der Pika auf, ich lerne Netzwerken, ich lerne die Tools von den Social Netzwerken und bin deshalb auch schon recht erfolgreich. Ich habe in kurzer Zeit mindestens 50 Partner in meiner Downline erreicht. Ja, ich kann es euch nur empfehlen. Kommt mit zur Go4Diamond Strategie. Dankeschön.